Das sind unsere drei Gewinner vom Cosplay Contest auf der German Comic Con Dortmund Spring Edition. Langer Titel, guter Sieg, herzlichen Glückwunsch erstmal. Und wie kam die Entscheidung dazu, hier mitzumachen und vor allen Dingen auch den Charakter mitzubringen? Erstmal unsere Nummer 1, die Jaina. Also eigentlich kam das total spät. Ich habe gesehen, dass es ein Contest ist und ich habe meine Schwester angehauen, ob sie Lust hat mitzumachen. Und dann haben wir einfach zwei unserer Lieblingskostüme rausgekramt. Das heißt einfach spontan mitgemacht und direkt Nummer 1. Wir waren auch eigentlich viel zu spät bei der Anmeldung. Dann herzlichen Glückwunsch, dass alles gut gegangen ist. Es ist super gelaufen. Dankeschön. Okay, und war es eigentlich dein erster Contest, den du mitgemacht hast? Ja, war mein erster. Und wirst du weiter mitmachen? Wirst du dabei bleiben? Hoffe ich. Du hoffst, was könnte denn ein Hindernis sein? Dass ich nicht gefahren werden kann. Okay, ja, Selbstständigkeit und Hinkommen können, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde mich freuen, dich wieder zu sehen. Und Nummer 2, Exa Kun hat mich sehr gefreut, jemanden aus der alten Star Wars Geschichte zu sehen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass mich auch Leute erkannt haben. Und dann direkt auch gewürdigt haben. Wie viel Arbeit ist reingegangen? Ungefähr 100 Stunden, 120. Ich habe nicht überall mitgezählt, aber doch relativ viel. Das Übliche für so ein Cosplay, viel Zeit. Ja, definitiv. Wie geht es jetzt euch so mit dem Gewinn in der Hand? Äh, okay. Alle zufrieden, wirklich? Alle zufrieden, auf jeden Fall. Alle waren super gewesen, wirklich tolle Auftritte. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen super Abend. Ihr dürft jetzt noch alle eure Gewinne einstreichen, die noch verteilt werden. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. Definitiv. Tschüss. 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 Tschüss.